Schauen Sie, das ist Achensee, diese wunderschöne, große Tiroler See. Wir sind hier zu einem Fotoshooting für unser Lieblingsplatzprogramm im Tiroler Landestheater. Mein Lieblingsplatz im Theater ist der Weg zwischen meiner Garderobe und der Bühnenauftritt. Dann treffe ich alle meine Kollegen vom Herrenchor und Damenchor und wir wünschen uns Toi Toi Toi. Das ist wirklich ein sehr intimes und privates Moment für uns. Ich liebe diesen Moment, weil ich treffe alle Leute und die geben mir eine sehr positive Energie. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!